Das ist super. Gott, Dias! Was? Echt? Ich hab Dias, ich hab Dias. Ernsthaft? Hast du den Wassereimer dabei? Ja, ja, ich hab den Wassereimer dabei. Mein, 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 meine lieben Glühlefels. Und wir kommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Hashtag Titan 2 oder sowas. Zusammen mit dem Boomstocki, hallo! Hallo, hallo, hallo! Und wir gehen auf die Zerwein. Drei, zwei, eins, let's go! So, logging in. Oh, ungültige Sitzung. Bitte versuche das Spiel neu zu starten. Oh, oh, oh. Ja, dann restartet das Spiel. So, Moment, Moment, Moment. In spätesten 10 Sekunden bin ich da. Kannst ja schon mal nachzählen. So, und rauf. Gut. Wie viel Zeit haben wir jetzt verschwendet? Kannst du nachschauen? Also, ich hab nichts verschwendet. Ich hab einfach im Ofen gearbeitet. Eine Minute hast du gebraucht. Okay. Okay, gut. So, jetzt bist du aber irgendwann auch da. Das hätten wir geschafft. Ähm, ich bin oben beim Ofen. Und, ähm, ich weiß nicht. Was hast du jetzt an Zitrinrüstung alles? Hast du eine Hose? Ähm, ich hab eine Hose. Also, mir fehlen nur noch Helm und Schuhe. Ich hab hier noch 30, äh, Zitrin. Oh, deswegen muss ich jetzt aber erstmal zu dir hoch. Ja, also, ich geb dir jetzt einfach mal einen Helm. Wir haben uns übrigens die Taktik ein bisschen anders überlegt. Ähm, das haben wir natürlich nicht alles nur gesagt, um die Leute zu verführen, die vielleicht unsere Folge schauen. Sondern, ähm, wir haben das erstmal wirklich so gedacht, dass wir vielleicht jetzt, ähm, hochgehen. Aber wir haben uns jetzt überlegt, dass es vielleicht doch besser jetzt am Anfang ein bisschen zu Stripmine. Und das werden wir dann jetzt auch tun, höchstwahrscheinlich. Und ich bin jetzt auf jeden Fall noch da oben beim Ofen. Ja. Beim Ofen. Ich komme. Äh, ja komm mal hoch, weil ich, ich hab keine Ahnung, wo du bist, ehrlich gesagt. Das macht mir selber ein bisschen Angst, weil ich wirklich null Ahnung habe. Ich dachte, ich wüsste ungefähr, wo du bist, aber ich bin grad in die Schlucht runtergegangen und da bist du anscheinend. Ja, ich weiß, aber ich... Weißt du selber, wo du bist? Hoffentlich? Äh... Oder weißt du das nicht? Also... Ich hab für dich den Rest der Zitrinrüstung auf jeden Fall. Das kann ich dir sagen. So schnell warst du? Das ist ja unglaublich. Hm. Das hätte ich jetzt echt nicht von dir gedacht. Jetzt bin ich ein bisschen stolz auf dich. Wirst du? Ja, okay. Also ich geh da jetzt mal runter, äh, weil von da unten komme ich. Und da müsste ja der normale... Ja, 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 warte. Ich bin jetzt da, wo, ähm, wo du auch das, äh, wo du auch Dings abgegraben hast. Ähm, das Eisen. Das Eisen. Wo hab ich das Eisen abgegraben? Ja gut. Ich weiß es nicht. Also bist du in dieser Schlucht? Ja. Und ich komm jetzt wieder hoch, hoffentlich. Ja, ja, ja. Ich komm nicht sonst abholen in der Schlucht. Zur Schlucht find ich ja immer wieder. Das ist, glaub ich, nicht so das Problem. Ähm, was passiert eigentlich, wenn ich jetzt Essen im Eisenofen mache? Das geht einfach schneller, ne? So wie ich weiß. Äh, ja. Sollte, glaub ich, eigentlich einfach schneller gehen. Ich glaub, es dreht schneller. Ich hab halt Essen. Äh, braune Pilze hab ich leider nicht. Und, äh, das mit der Lava und den Kühen, das haben wir ja letzte Folge schon probiert. Ähm, auf jeden Fall komm ich jetzt halt mal runter zur Schlucht, ne? Ja, danke, das wär sehr nett. Ja, weil ich hab hier, ich weiß ganz genau, ich hab hier einen Pilz aufversehen gesetzt. So. Ich glaub, ich muss hier hoch. Ich bin hier bei der Schlucht gerade, oben noch. Okay. Wo bist du? Ah, ich seh, ich seh deinen Namen. Oh mein Gott, ich seh deinen Namen. Ich komme, ich komme. Ja, ich hab deinen Namen gesehen, ja. Ich seh nämlich deinen nicht. Ja, ich seh deinen. Schau mal da rüber, siehst du mich? Warte, nix, nix. Bist du unten oder oben? Ja, ich seh... Achso, da, 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 da. Ich hab grad schon Panik, ey, das ist der Name. Ich seh dich nicht so, what the fuck? Also ich dachte grad so, ey, hoffentlich verarscht du mich jetzt nicht. Und das sind jetzt andere Gegner oder so. Ich bin jetzt grad nicht sicher, ob ich grad nen Namen gesehen habe. Sneak mal bitte. Okay. Ich weiß grad nicht, ob das jetzt einfach nur irgendwelche Partikel waren. Oder ob ich jetzt ernsthaft grad nen Namen gesehen habe. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Ja, oh mein Gott. Ich weiß jetzt nicht, was ich gesehen habe, aber irgendwas hab ich gesehen. Holy Crap. Ich hoffe jetzt nicht, dass das nen Name ist, weil ansonsten wäre das ein bisschen ungünstig gerade. Ja, sehr wohl. Aber die können ja nicht wissen, wo wir sind. Woher sollen die das bitte wissen? Aber ich... Ich glaub einfach nicht. Das müsste so viel Zufall sein. Ich glaub, die waren... Nee, ich... Ich bezweifle. Ich hoffe, ich hab Partikel gesehen, weil irgendwie... Also es kann schon sein, dass sie da sind, aber es müsste so viel Zufall zusammengehören, dass sie einfach grad grad in dieser Nähe sind und unsere Namen irgendwie sehen oder so und dann halt kommen. Weil effektiv Leute, die Folgen sind noch nicht online. Ich meine, für euch kommt jetzt jeden Tag ne Folge. Bei uns ist es so, wenn wir das aufnehmen, ist noch keine einzige Folge auf YouTube. Ja. Das heißt, es ist schlicht und einfach nicht möglich, dass sie wissen, wo wir sind. Ja. Können die nicht wissen. Ja, da müsste das einfach ein fetter Zufall sein und an sich, äh... Wenn es so wäre, dann gäbe es auch auf jeden Fall nen Kampf. Also wir stellen uns dann da auf jeden Fall auf. Ja, und ich... Ich denk vor allem, wir haben echt nicht schlechtes Equip, weil wir haben Full Iron, beziehungsweise Zitrin und, ähm, haben dazu halt noch ein Gearschwert, du hast ein Zitrinschwert. Ich glaub, wir haben echt nicht schlechtes Equip. Jetzt müssen wir einfach ein bisschen Strip machen. Äh, ich bin da, wo, ähm... Hier. Wo diese fette Schlucht halt ist. Da unten. Aber ich weiß grad nicht, wo der Aufgang ist. Ich schlau nicht. Warte. Ah, ich glaub da vorne. Moment, Moment, Moment. Ich komm jetzt eh runter und irgendwo in der Schlucht beginne ich dann die Stripmine halt quasi. Okay, ähm... Wo bist du? Warte, da vorne. Ich bin grad beim Ausgang der Schlucht. Okay, dann komm. Weil ich kann nicht mehr sprinten, weil ich hab nix mehr zu essen, leider. Ach so. Echt nicht? Auch nichts mehr rohes oder so? Nee, gar nix mehr. Ich hab alles ja in den Ofen gepackt. Ähm... Ja, hier ist dann so'n bisschen Essen. Oh, danke, danke, danke. Oh, die werden geklickt. Oh, die werden geklickt. Okay, gut. Aber so völlig provokativ. Bye. So, warte, ich hab noch was für dich. Hier, nimm das. Take that and take that. Uh, uh, uh. So. Aha, bis gleich. Ah, alles. Irgendwie, weißt du, Tobi, Tobi, weißt du, wenn du das siehst, wir werden euch recken, ja? Also nur damit du das weißt. So, ich beginne hier unten mal die Stripmine. Einfach so YOLO mal in eine Richtung. Ähm, wir sind auf Höhe 13, das sollte auf jeden Fall dir jetzt möglich sein. Hast du denn den Ofen mitgenommen oder hast du den oben stehen lassen? Äh, nee, nee, ich hab alles oben stehen lassen, weil ich ja nicht weiß, ob du noch was machen willst. Okay, gut, ja, dann baue ich jetzt hier noch schnell eine Bergwahl. Du kannst ja das oben quasi fertig machen und ähm, ich Stripmine jetzt. Okay, ich darf aber nicht vergessen, diese Koordinaten immer wieder auszublenden. Das hab ich ja letztes Zeit ein bisschen verkackt. So richtig, richtig verkackt, weil ich sag in der letzten Zeit, in der letzten Zeit hab ich das in der Folge gesagt, ja, man darf die Koordinaten ausblenden. Ja. Und selber hatte ich's dann verpasst, das weiß ich noch. Ja. Das war so fail einfach. Ich fand das einfach so witzig. Das war cool, wen ich dort wirklich in der Nähe war und hinter uns eigentlich her. Und irgendwie war das so fail, weil ich so richtig arrogant in der Folge noch sage, so, ja, Jungs, macht eh nicht, ich darf das eh ausblenden. Und dann hab ich das einfach vergessen. Das war so retarded. Das war so ein typischer Killamoo. Das war so, ah, das ist richtig dumm halt. Also ich hab da schon wieder Eisen. Wie, jetzt hab ich bisher noch keine oder so irgendwas? Okay, ja, dann grab ich mich an die Seite und du halt geradeaus. Ja, so können wir das sonst machen. So. Oder findest du das ineffektiv? Ich find das eigentlich relativ gut so. Und dann später können wir halt los das Rhythm ein. Ich weiß halt nicht. Gut. So, hier ist das jedenfalls Redstone. Ich nehm jetzt den Redstone einfach mal mit wegen den Levels. Das ist halt auch. Weil irgendwie, wieso nicht, ne? Das sind dann gerade das, gerade das XP. Oh, oh! Nice! Was denn? Hier ist ein Lavasee und eine Höhle, ne neue. Okay. Das ist nice, das ist nice. Sorry. Gott, Dias! Was, echt? Ich hab Dias, ich hab Dias. Ernsthaft? Hast du den Wassereimer dabei? Ich hab nur einen Lava. Ja, ja, ich hab den Wassereimer dabei. Gut, gut, gut. Dann mach mal die Lava hier hinten, das sind die Dias. Alter, ist, wie viele sind's? Oh mein Gott, vielleicht können wir uns jetzt schon eine Spitzhacke machen. Ich weiß nicht, bitte nur einen. Einfach mal, jetzt lass, lass, nein, lass das Wasser drauf, falls da drunter irgendwie Lava ist. Ach so. Lass das Wasser einfach mal drauf. Okay. Und ich bau die jetzt mal ab. Ne, das ist nur einer. Als ob das nur einer ist. Warte, ne, ne, hier. Warte, hier, ja! Nice, nice, nice. Ja! Nice! Oh, nice, wir können eine Spitzhacke machen. Wasser, Wasser. Okay. Warte, ich brauch irgendwie einen Platz im Inventar. Hier ein Dirt weg. Dirt ist nämlich nicht so wichtig wie ein Dias. So, wirklich? Ist drunter noch was? Okay, warte, ich gucke, ich gucke, ich gucke. Ähm, scheint jetzt nicht so zu sein. Ne. Okay. Gut. Ja, dann instant eine Spitzhacke machen und Obsidien mitnehmen, oder? Ja, würd ich so sagen. Das wär echt ne gute Idee. Ja, Moment. Dann gib du mir mal die Dias, ich mach in der Zwischenzeit die Spitzhacke. Alright, ich leg dir die mal hier hin. Ich schau noch ein bisschen rum, ob hier irgendwo was ist. Genau, wie viele Dias hast du denn jetzt noch übrig? Äh, ich hab sie dir hingelegt. Ich hab neul Dias. Also du hast ja, glaub ich, noch einen, ne? Ja. Und dann eben diese drei. Ja, sind vier. Ja, genau. Dann haben wir noch ein Dias übrig. Das ist eigentlich perfekt, weil jetzt müssen wir noch einen finden. Ja. Und wenn wir noch... Nein, ich hab noch einen. Ernsthaft? Ist das... Daffach? Alter. Ohne Witz. Ohne Witz. Oh mein Gott. Einer, zwei, drei sind das glaub ich schon wieder. Mann! Das sind irgendwie kleine Ohrs. Ja, aber weißt du was? Das ist scheißegal. Wenn wir viele kleine Ohrs finden, dann ist das auch gut. und es kommt nicht immer auf die Größe an, okay? Ja, ist klar. Das sagen deine Sexualpartner auch immer, ne? Ja, natürlich. Er war zwar schlecht, aber wir mussten jetzt einfach sagen. So, ich bin am Aufnehmen, danke. Natürlich klappt niemand, warum auch nicht. So. Ich hole mir jetzt erstmal das Obsidian. Eins hab ich schon. Das ist ein Dungeon. Oh nein, ist das ein Dungeon mit Alter, Leute, wir haben dieses Mal echt Glück. Also, wenn das so weiterläuft, wenn das so weiterläuft, dann steckt der Sieg in unserer Tasche. Ja, es steckt ja doch sowieso schon. Auch wenn sehr viele Leute glauben nicht daran. Aber wir werden es euch beweisen. Weil zu dem Zeitpunkt, wo ich heute die Twitter-Abstimmung gemacht hab, ja, das war ja heute, und jetzt sind die Folgen ja noch nicht online, somit wissen die Leute ja auch nicht, ob wir das jetzt geschafft haben oder nicht. Oh, da kamen jetzt ein paar. Und die meisten waren wirklich dafür oder dachten, dass wir das nicht schaffen und sterben. Ja, viele Leute denken eh schon, wir sind tot, aber das sind wir nicht. Weil wir haben es bisher eigentlich relativ gut gemeistert. Ja. Da war ich echt ein bisschen verwundert. Ich dachte echt... Wir haben einfach... Als nach der ersten Folge hab ich erstmal meine Freundin gefragt. Ja, ich bin auch zu meinem Prüter überhaupt gesagt, wir sind tot. Nee, ich hab ihr nur so gesagt, ich muss dir viel erzählen. Das ist richtig traurig betonen. Dann hast du dir ernsthaft, ich bin gestorben. Dann hab ich lachen müssen. Dann wusste sie's. Dann war sie mad. Meine Real-Life-Story. Nice. Okay, ähm, ich glaub, alles, was wir jetzt noch brauchen für den Enchanter ist Zuckerrohr. Genau, Zuckerrohr und, äh, ja, genau. Zuckerrohr, weil die Dias, ich hab ja jetzt noch welche und das Obsidian ist du und so. Okay, ich werd auch in fünf Minuten gekickt. Ja, ja, äh, du bist ja eine Minute nach mir. Wir müssen halt aber aufpassen, dass wir jetzt langsam zueinander finden. Wo bist denn du? Äh, drum, ich bin da, wo ich jetzt die Lava abgeholt hab. Ah, da, ich seh dich, ich seh dich. Hallo, hallo, hallo. Hallo, hallo. So, ähm, sonst, uh, mach mal hier, äh, was war hin? Okay. Nicht, dass ich da noch reinfalle aus Dummheit. Ich seh das nämlich schon. Das schaffst du das. Sollen wir, sollen wir noch schnell hochgehen und, äh, schauen, ob in der Nähe Zuckerrohr ist oder findest du das zu dumm? Nee, jetzt diese Folge nicht mehr, weil ich werd vor dir gekickt. Das soll ich nicht vergessen. Und wenn wir dann an der Oberfläche sind und getrennt, dann, Oberfläche und getrennt ist gleich Rhypniss halt. Nee, ich würd sowieso sagen, dass wir in der nächsten Folge vielleicht sogar noch weiter stripminen hier unten, weil das war jetzt relativ erfolgreich. Und vielleicht finden wir halt noch irgendwo Titan-Ord. Das wär natürlich not bad. Ähm. Ja. That means, ich würd mich einfach... Okay. Wie viel, wie viel Zeit hast du denn noch? Wahrscheinlich nur noch eine Minute, oder? Ich hab noch zwei, drei Minuten. Okay, ja, dann lass uns in der Zeit noch schnell weiter ein bisschen graben und dann... Ja, ich geh mal in diese Richtung. Äh, hast du denn schon bei der alten Strip-Mine? Bist du da mir direkt gefolgt oder hast du überall noch in die Seiten gegraben? Äh, nee, ich hab nur in die Seiten bei dir gegraben, also den Strang, den du gemacht hast. Oh, lol. Oh, lol. Direkt nächste Hülle. What the fuck? Achso, nee, da bist du auch. Chichi, hallö. Hallö. Okay, ja gut, das ist... Ich dachte jetzt grad so, hä, dabei hab ich mich nur durch ne Band gebruddelt. Oh, so richtig fail. Und ich dachte so, what the fuck hab ich Glück? Bin dabei, war es irgendwie nur so ein bisschen... Äh, Dummheit. Aber, äh, ein kleiner Fail am Rande. Hab ich jetzt schon im Bedwars oft betont, wenn ich gestorben bin. Ein kleiner Fail am Rande macht ja alles nur spannender. Das sei mal so hingestellt. Das tut recht so, okay, gut. Und es wär jetzt einfach noch der Mega-Hammer, wenn wir jetzt noch, äh, Titan finden würden. Ja, das wär aber... Also, das wär echt hart. Das wär so awesome. Ja, ich puttel mich in dem Fall in die Seiten mal rein, so. Guck, ob da irgendwas ist. Hier seh ich nichts. Nichts. Nichts seh ich da. Kacke, im Moment hab ich noch Kohle, ja. Ein paar Faggeln sind nämlich immer gut. Also, wenn du jetzt noch sterben solltest, wenn ich dann vom Server bin, ja, dann, dann, ohne Scheiß, dann riecht euch. Jetzt möcht ich die nur gerade kurz anschauen. Ich wär's nicht sicher. Also, was müsste ich dazu machen? Ich könnte in die Lava schwimmen. Ich könnte... Apropos, mach mal irgendwie was in Safe Inventory, wenn du irgendwie... Ah, ja, stimmt. Moment, gleich den Diamant. Warte, mit wo kommt man da hin, oder? Äh, einfach Inventar öffnen und dann Safe Inventory halt. Ah, okay. Hä? Ja, aber wie komm ich denn... Ah, okay, ich bin so doof. So, zack. Ähm, das da mach ich rein. Das Gold, Erz, das Obsidian packe ich rein. Gold. So, so. Und den Sattel auch, weil vielleicht können wir damit ja reiten irgendwann. Ja, hundertprozentig. Ist so wichtig. Wobei Pferde, ich weiß nicht mal, ob sie gibt und ob die erlaubt sind, aber das wäre theoretisch möglich. Ja, stimmt. Aber in den Drehgängen, glaube ich, stand nix, oder? Weil ich meine, die Hitboxen sind wirklich sehr kacke manchmal am Pferd. Mhm. Ja, ich werde in einer Minute gekickt, by the way. Okay. Äh. Nur damit du das weißt. Soll ich in der Zwischenzeit noch weiter kramen, oder? Ja, keine Ahnung. Wenn du willst, also ja klar, sei produktiv, aber dann am Ende lock dich irgendwo bei mir aus, weil sonst ist es dumm, wenn man so will. Also nicht, wenn man so will, weil sonst ist es dumm, wenn du dann im Endeffekt trotzdem ganz woanders bist. Okay. So. Killer Croft, dann wird in 30 Sekunden gekickt. Alright, alright. Bitte, bitte, verlass mich nie. Oh, mein Lars, okay. Ich werde so einsterben. Ich werde gezwungen. Oh, wehe, du stirb. Hä, ohne Witz. Haben wir jetzt eigentlich den Eisenofen und alles oben gelassen? Äh, ja, den haben wir oben gelassen, aber das ist nicht so schlimm. Eisen haben wir genug. Also sollte wirklich der Eisenofen weg sein, ist das unser geringstes Problem. Aber ich glaube, den können wir ja nachher immer noch holen, weißt du. Das ist, denke ich, nicht so schlimm. So, 5 Sekunden und ich bin 3-2 gekickt. Wuuu. Oh Gott, ich werde in einer Minute gekickt. Ja, ähm, ich stehe nur einfach in der Strip-Mine. Komm dann, ich hab zuletzt, hab ich mich zwei Blöcke reingegraben. Da musst du dann halt ein bisschen schauen, wo du dich auslockst. Ähm, ich aber von meiner Stelle und meiner Seite hier so da würde sagen, Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei der nächsten Folge von Hashtag Titan 2 mit Hashtag Team So True. Und, äh, würde auf jeden Fall sagen, äh, wenn euch jetzt noch interessiert, was der liebe Thomas macht, währenddem er hier alleine auf dem Server rumdackelt, äh, dann schaut und werde mich auch zu Killer graben. So, okay, 5 Sekunden einbauen und... 5 Sekunden. So, bin auch vom Server unten. Ähm, ja, Leute, das war auch meine Folge. Äh, wenn es euch gefallen hat, lasst einfach eine positive Bewertung da. Schaut auch unbedingt beim Killer vorbei, denn der ist auch wirklich eine geile Sau. und, ja, ich würde sagen, macht's gut, haut rein und ciao.